Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie kaufen ein Kernkraftwerk. Machen Sie das das nächste Mal doch einmal online. Gehen Sie auf eine entsprechende Webseite, zücken die Kreditkarte, drücken den Buy-Button und am nächsten Tag wird Ihnen das Kernkraftwerk geliefert. Das ist doch ein völliger Bullshit, was ich hier erzähle. Natürlich werden Sie das nie und nimmer tun. Aber ich behaupte jetzt, alle anderen Dinge können Sie online einkaufen. Und zwar viel einfacher, viel schneller, viel bequemer. Ladengeschäfte sind Mittelalter. Es gibt sie heute ja nur, weil es damals kein Internet gab. Und genau diese These werde ich am Swiss Network Day 2017 verteidigen. Und ich hoffe, Sie sind auch mit dabei. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020